Jetzt bist du geschickt beieinander mit der Mühe. Du hast doch noch einen Heiter dazu. Ja, ja. Heiter sagt man nicht. Gau ist er. So. Helmut, bitte. Wer ist noch in der Gruppe? Eine Runde Sitz geben. Das ist ein Problem. So. Wo ist denn? So. 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 Das war's für heute. Aber ich bin ja mal echt brav, ne? Nicht wirklich, ist doch morgen heiß. Hast du nicht schon Blut im Wasser geschwitzt? Andererseits hab ich mir beim Hof einen. Jetzt bist du denn nicht heiß. Und jetzt steht er schon so. Ich will spielen ihn da mit. Zwei Rögel. Das andere ist deiner, oder? Na ja, ist schon keiner weiß. Das war gerade. Genau. Na wundert's, ob du merkst, dass du 60 Hechte schätzt. Dein Hund hier hat mich schon gepackt. Nach dem Lachs normal schon drauf steht. Und dann. Zentigrat, wo ich da jetzt, Entschuldigung, durchfinde ich die Zeit der Lugewelle. Die nächste Woche, ich will mal die Kinder hochheben, die Notzehnte sind. Wie meinst du hier Schatz? Zum Ablegen. Zum Kürrn. Da sind wir die Nächsten. Du musst mal liegen. Ja, sie wollen wir liegen. Sie wollen den Ablegen. Ja, aber hinten. Ja. Das war ich wohl beim BH. Na, das ist so scheiße. Wenn du allein gehst, der ist nicht bereit. Ja. 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 Oder er will Rüde ja nicht in die Grenzwege haben. Ja. Ja, und Mara, schon will nicht. Ja. Ja. Sehr gut das hier dabei ist. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja. Vielen Dank.